Hallo Kollege, Sie fahren heute eine S5 der S-Bahn Tirol nach Seefeld in Tirol. Bitte rüsten Sie nun Ihr Fahrzeug auf und öffnen die Türen, damit die Fahrgäste einsteigen können. Abfahrt ist um 15.08 Uhr. Fahrzeuginformationen, Zugbildung, ÖBB 4024 Vmax 140 kmh. Fahrzeuginformationen, auf der große Teil der Strecke gilt 60 kmh als Höchstgeschwindigkeit. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Szenario bei Phasus. Damit hallialloh und recht herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulationen. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir freuen uns natürlich sehr, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen Train Simulator Folge. Und ja, ihr habt es gesehen, der Phasus hat für uns ein neues Szenario erstellt. Und da wollen wir natürlich hier mal reinschauen. Wir starten hier in Innsbruck Hauptbahnhof. Deswegen werden wir jetzt mal das Fahrzeug aufrüsten und gucken jetzt natürlich, dass wir das hier hinbekommen. So, dann erstmal natürlich den Batterieschalter. So, dann geht es nach Hoben. Wundervoll. So muss das sein. So, wir müssen allerdings jetzt mal kurz mal hier rüberlinsen. Denn hier ist natürlich nämlich auch so ein bisschen die Anleitung, wie wir den ganzen Zug hier starten. Also, wir haben natürlich die Batterie eingeschaltet. Wählen Sie die Beleuchtungsart vom Batteriepanel aus. So. Ich glaube, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, müsste dieses hier richtig sein. Ich kann mich aber täuschen, werden wir ja gleich sehen. Stecken Sie den Schlüssel. Aktivieren Sie das Ganze. So, Schlüssel steckt. So, heben Sie den Stromabnehmer. Den Stromabnehmer. Der war hier. Und schalten Sie den Hauptschalter ein. Das haben wir. So, Federspeicher lösen. So, haben wir. Ich kann schon mal die Türen öffnen, damit die hier schon mal einsteigen können. So, dann sollen wir hier vorwärts einschalten. Die Scheibe verschaltet sich automatisch ein, wenn die Fahrtrichtung ausgewählt ist. Die ÖBB ist jetzt startbereit. So. Das schaut doch gut aus. So, wir könnten jetzt hier zwar noch die Dings hier eintippen. Die Displaystation. Ich weiß gar nicht. Bis wohin fahren wir denn jetzt eigentlich? Seefeld in Tirol. Ich glaube, Seefeld in Tirol gibt es doch hier gar nicht. Mal ganz kurz gucken. Ich muss hier leider immer so ein bisschen hin und her wechseln. Ich weiß, das mag der Trend-Simulator eigentlich überhaupt nicht. Doch, Seefeld in Tirol ist 71. So. Schauen wir mal. Ziel 71. Probieren wir es einfach mal. Seefeld in Tirol. Wundervoll. Haha. So muss das sein. Seefeld in Tirol. Jetzt müsste eigentlich noch die S6 davor stehen. Aber gut. Besser als, ne. Versteht man jetzt nicht falsch hier. Wir wollen es dann natürlich hier so halbwegs richtig machen. Ja. Das ist ein TS-Pro-Zug. Den gibt es auf Steam. Das ist ein normaler Standard-Steam-Content. So wie die ganze Aufgabe an sich auch. Das Ganze ist wie gesagt von Phasus erstellt worden. Und nach der Folge werden wir nur gucken, dass wir eine Möglichkeit finden, die Aufgabe dementsprechend auch online zu stellen. So dass ihr das Ganze dementsprechend dann nachspielen könnt. Und so wird es jetzt wahrscheinlich auch in Zukunft sein, dass der Phasus uns jetzt hier immer so ein paar Aufgaben hier bastelt. Dass wir euch die ganzen zeigen können. Hebt uns so ein bisschen ab von den anderen Let's Plays so, wo man halt nur Standard-Aufgaben fährt. Da haben wir dann hier so einen eigenen Szenerie-Creator. Und das ist so eigentlich schon eine relativ coole Sache. Meiner Meinung nach. Die Aufgabe dauert so irgendwas mit 35 Minuten. Also das ist noch recht überschaubar. So, achso. Ja, gut. Dann vorwärts. Und der will jetzt nicht. Aber jetzt sind doch nicht. Allerdings muss ich mal kurz noch mal Stopp machen, weil ich weiß jetzt nämlich nicht, wie die Lautstärke jetzt hier ist. Dass ich die jetzt hier nochmal ein bisschen leiser machen muss. Ja, muss ich leiser machen. So, jetzt müsste es passen. So, jetzt hat natürlich ein bisschen alles jetzt nicht gepasst. Das war jetzt schon sehr, also der Zug, der ist schon wirklich sehr laut. Was der hier am Rumquietschen ist. Ich habe jetzt vergessen, auch die Sieber anzuschalten und die PCB. Schande. Warum das manchmal so extrem ruckelt. Ja, das ist echt faszinierend. Das ist halt immer, wenn ein Zug entgegenkommt oder sowas, ja. Da ist es dann halt massivst schlimm immer. Ich weiß gar nicht, PCB war meiner Meinung nach auch hier, ne. Zum Einschalten. PCB, Überbrückung. Nö, weiß ich gar nicht. Huch. Wir wollen noch Gas geben, durch Bremsen. Aber auch ein Fahrplan, den wir hier einhalten sollten. Oh, genau. 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 es war tatsächlich gerade schon ein bisschen sehr knapp hier aber hat geklappt wir stehen perfekt hier in unserem bahnhof drin so wundervoll innsbruck westbahnhof bahnsteig zwei sind wir jetzt aktuell und so läuft das ganze das ist ja wundervoll also wie gesagt ich glaube der zug der kostet um die 15 euro nämlich jetzt nicht alles täuscht also das geht doch vollkommen in ordnung was ich ein bisschen schade finden ist dass wir hier keine tür animation zum beispiel haben also sind alle zu den türen wenn wir jetzt immer so so durchgucken also ist das schon doch ja nicht so geil die fahrzeuge von innen sehen schön aus dies kann sich doch sehen lassen aber die sind hier alle sehr sehr hübsch gestriegelt hier wundervoll fast steht auch aktuell gerade so auf winter habe ich das gefühl jede strecke die wir jetzt aktuell fahren ist gerade so ein bisschen mit schnee bedeckt hier obwohl hier berlin gar nichts ist genau einmalig aufs signal geachtet jetzt noch mag mich nicht das sieht man schon wir eiern hier rum hier zunächst halt innsbruck hotting ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Und wir haben auch direkt ein rotes Signal. Und daher gibt es sowieso nichts. So, Fahrgäste können rein. Ein Kollege kommt schon von vorne. Angerauscht. Das Problem ist, warum ich hier jetzt nicht mehr PZB fahre. Und das sind ja hier doch schon ein bisschen andere Signale. Na klar, gelb ist gelb und so weiter und so fort. Aber trotzdem, ich habe letztens mal eine andere, eine ausländische Strecke auch mal gefahren. Und das war eine absolute Katastrophe. Also ich glaube, da hatte ich mehr Standzeit, mehr Zwangsbremsung, als ich gefahren bin. Und sowas kann frustrieren, macht absolut keinen Spaß. Was ist denn? Zunächst halt aller heiligen Höhe. Wahnsinn. Aneralskirchen. 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 Das war's. Ja, wir hatten ja in der letzten News ja wieder was vom S25 Endern berichtet. Ah, das ist ein Endern. Ich glaube, das ist das Endern, worauf ich mich dieses Jahr wirklich sehr, sehr freue. Für den Train Simulator. Also wenn das Ding kommt, das wird dann instant gezockt. Sofort, sobald wir es in der Hand haben, werden wir uns das Ganze auf jeden Fall anschauen. Oh ja, das ist gepasst noch. Stehen hinten drin. Ja, wie gesagt, also Szenario könnt ihr euch dann runterladen. Wir müssen mal gucken, dass wir irgendwie ein Webposter finden oder sowas, wo man halt kostenlos eine Webseite erstellen kann. Und dann werden wir das dann halt irgendwie als Forum irgendwie so eintrudeln lassen. Das waren dann da zum Beispiel die ganzen Aufträge dann zum Beispiel oder die ganzen Fahrten Szenarios praktisch hochladen können. Ich glaube, das wäre für Phasen auch eine coole Sache, wenn seine Szenarios gespielt wären. Also wenn Die Szenarra Ja, ja, stand ja drinnen, ne, maximale Geschwindigkeit über 60 kmh hier hoch. Ist natürlich schon heftig, zunächst halt ist gerade eine Bitten, keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist. Ich glaube, da wird man auch wieder Zeit für eine Runde zusi. Da habe ich auch schon wieder längere Zeit Bedürfnis, mal wieder da reinzuschauen, dass sich da mittlerweile wieder ein bisschen was getan hat. Müssen sie ja immer so ein bisschen wechseln hier. Schaffen wir ja gar nicht alles hier aufzunehmen, was wir aufnehmen wollen. Gut, den Bahnhof hätte ich tatsächlich fast übersehen. Ich habe schon gewundert, warum steht da Menschen mitten auf dem Gleis, also neben dem Gleis. Das wäre beinahe gründlich schief gegangen. Ja, so ist das. So ist das. Das hat ja Phasis innerhalb von 20 Minuten irgendwie fertiggestellt, das Szenario. Also ist jetzt natürlich nichts Großes. Wir sind irgendwie auch dabei, jetzt mittlerweile so ein bisschen größere Szenarios zu basteln. Ja, das sind sogar mit Ansagen und alles sowas, aber die muss ich erstmal einsprechen. Ja, dass da irgendwie sowas jetzt zukünftig in der Richtung kommt. Aber das sind natürlich alles so Vorbereitungszeiten, während des Let's Plays. Bei Phasis halt Schule und Abitur und hast du nicht gesehen. Bei mir halt Arbeit, Familie, Let's Plays und so weiter und so fort. Muss man natürlich mal gucken, wann man da irgendwie Zeit findet, sich da mal in Ruhe zum Beispiel ranzusetzen und das Ganze halt aufzunehmen. Aber es soll zukünftig dann halt auch so sein, dass wir dann auch mal Aufgaben erstellen, die dann halt doch ein bisschen mehr bieten als Fahrer von A nach B. Also so wird es halt immer sein, Fahrer von A nach B. Aber das dann halt ein bisschen mehr Aufwand drin steckt. Aber da müssen wir aber gucken, wie wir das schaffen. Zunächst halt Martinswand. Ich mag hier so eine eingleisige Strecke sehr gerne. Achso, hier ist gar kein Halt. Ah, okay. Unser nächstes halt ist ein Hochzirrl. Zirrl. Alles klar. Weiß ich genau, wo wir hin müssen. Ja. 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 Schau. Jetzt gehen wir mal. Ja. Es muss unten verlieren. Was ich ein bisschen nervig finde, ist, dass wir hier echt jetzt hin- und herschalten müssen. Obwohl, warte mal, wir können bestimmt die Türen hier öffnen, weil wir müssen uns einstellen. Kann das sein? Hier. Ja, warte mal. Das testen wir gleich mal. Ich erzähle von, war hier so ein TS-Pro-Zug und da kann ich mal die Türen öffnen. Da wäre mir einfach so zu blöd, diese Funktion zu benutzen. Ich bin halt immer gewohnt, dann drückst du die Taste T und dann passiert auch was. Ich bin halt immer gewohnt, dann drückst du die Türen öffnen. Ich bin halt immer gewohnt, dann drückst du die Türen öffnen, dann drückst du die Türen öffnen. Schön, wa? So mangte Berge hier so durch. Das ist eigentlich ein cooles Szenario. Was selten bei uns auf dem Kanal ist. Aber kommst halt dementsprechend auch nicht vorwärts so wirklich hier, wenn du echt hier nur mit 60 lang fährst. Jetzt können wir müssen mal gucken. Sind auch nicht mehr allzu viele Bahnhöfe. Also, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh! Jetzt war ja auch hier die Flugzeugmesse in Bremen gewesen. Ja, kam nichts Neues raus. Ich habe ja gedacht, dass man da irgendwo ein bisschen was von dem Flight Simulator 2020 hört oder sowas. Nichts, gar nichts. Verstehe ich gar nicht. Warum da nichts kam, ja? Irgendwie so ein schöner Release-Termin oder sowas. Denn es wird ja irgendwie so ein bisschen gemunkelt, dass ja vielleicht jetzt Mitte März irgendwas auf uns zukommt oder sowas. Aber das wäre natürlich schon geil, ja? Ja, wenn der Flight Simulator 2020 kommt, dann kommt eine der großen Simulationen jetzt schon am Anfang des Jahres. Also da bin ich ja natürlich dann voll weg, ja? Also wisst ihr Bescheid? Also da werden wir viel, viel auf Twitch sein. Also bin ich ja sowieso schon, ne? Falls ihr es ja noch nicht mitbekommen habt, jedes zweite Wochenende jetzt zu Twitch mittlerweile. Das funktioniert tatsächlich ganz gut, muss ich sagen. Bin ich echt überrascht, ja? Und es werden tatsächlich auch immer mehr. Also an der Stelle auch ein Dankeschön an euer Vertrauen, dass ihr da hinkommt. Denn auf Twitch spielen wir halt das, was wir hier so auf ÖPNV-Simulationen hier auf YouTube vielleicht zu hören nicht spielen oder so, ne? Und dann gibt es dann halt noch mal so Zuschauer. Also wir versuchen schon so im Rahmen der Simulationen immer so zu bleiben, ja? Aber so so X-Plane. Jetzt haben wir ja letztes Mal sogar Anno 1800 gespielt und sowas, ne? Also man muss so ein bisschen sagen, so Twitch ist so meine Ausweichstelle, ja? Sodass ich da Spiele spielen kann, die ich jetzt hier so zum Beispiel auf ÖPNV-Simulationen nicht spielen kann. Und da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf, dass das Ganze so funktioniert. Und auch akzeptiert wird halt, ne? Das ist halt immer so eine Sache. Jetzt schießt mal vorbei. Das war jetzt nicht so geil, aber naja. Nein. Was machst du? Oh, naja. Hat ja Gott sei Dank noch gepasst. So. Ja, also wie gesagt, das ist so ein bisschen so die Ausweichstelle. Und das läuft auch ganz gut. Da kann man halt so ein bisschen rumdödeln, rumquatschen machen. Wenn du dann halt hier alle zwei Wochen dann halt deine Leitstellenfahrt hier auf YouTube hast, dann ist das natürlich schon ein bisschen was anderes, ne? Muss dich ja natürlich schon ein bisschen, ja doch, ein bisschen anstrengen. Ich meine, hier auf ÖPNV-Simulationen sind wir jetzt bei 3500. Auf Twitch bin ich gerade mal bei 100. Da muss man sich jetzt halt dementsprechend noch nicht so, weißt du, so geben halt, ne? Sage ich mal ganz vorsichtig. Aber es ist halt immer schön, wenn der ein oder andere den Weg dahin findet. Also vielleicht, falls ihr Bock habt, kommt ihr mich auf Twitch besuchen. Und dann, ja. Können wir hier zusammen rumblödeln, ja? Aber wie gesagt, da wird es halt keine Simulationen geben wie Omsi, Lotus, Train Simulator oder sowas. Also da gibt es so eher in die andere Richtung, wie gesagt, viel X-Plane. Wie gesagt, Ano 1800 und wir werden auch andere Spiele spielen. Also es ist, ja, also praktisch mein Wochenende, alle zwei Wochenenden. Kann man so sagen. Da talk ich einfach auf, auf was ich so Lust habe. Ja, ob jetzt nun halt zusammen mit euch oder halt alleine. Das ist halt immer so eine spontane Sache. Ja, aber auf jeden Fall funktioniert das ganz gut. Und ja, da, wie gesagt, jetzt im März, dann dachte ich ja eigentlich, dass ja so eine große Ankündigung von Flight Simulator 2020 kommt, dass da irgendwie was im Busch ist. Weil es heißt irgendwas mit dem Pre-Release und alles was. Müssen wir mal gucken. Also ich bleib da auf jeden Fall am Ball. Wenn es natürlich dann auch spätestens in den News berichten und alles was. Sodass ihr dann da auch auf dem neuesten Stand seid. Ja, und natürlich, wie gesagt, bin ich immer noch sehr, sehr glücklich, dass meine ÖPNV-Lüste immer so gut ankommen. Das ist schön. Das freut mich. Macht mir auch sehr viel Spaß, da die ganzen Sachen zusammenzusuchen. Tatsächlich bin ich zufrieden, dass es echt noch keiner gecovert hat oder sowas. Ja, irgendwie von den größeren YouTubern, dass die da gesagt haben, oh geil, das ist cool, das machen wir auch oder sowas. Und nimmt mir dementsprechend so ein bisschen das Format weg. Das finde ich sehr, sehr anständig aktuell noch. Aber man weiß ja, YouTube ist ein hartes Geschäft, halt mittlerweile, ja. Durch die ganzen YouTuber und alles sowas ist YouTube nicht mehr so einfach. Aber da erzähle ich euch wahrscheinlich nichts Neues. Und das waren jetzt für mich zwei Gelbe. Zwei Gelbe bedeutet Achtung. Aber hier ist nichts mit Achtung. Hätte ich mit 60 gechillt durchfahren können. Ah, das ärgert mich denn immer, ja. Oh, viel zu früh gebremst. Dass immer noch bergauf geht. Und das Dankeschön, weil es mir echt zu spät. Geil. So, na dann. Türen auf. 39. Oh, wir haben sogar den Fahrplan eingereitet. Das ist ja spektakulär. Wir haben den Fahrplan wieder eingeholt. Da kommt ein Talent. Rundfrauen. Der ist ziemlich geil hier. Für Land und für Leute. Ja, wundervoll. Nee, aber das ist halt so jetzt so ein bisschen so. Ich bin ja auch immer so ein bisschen am überlegen. Ja, wie weit möchte es eigentlich gehen so mit YouTube und alles sowas? Könnte man sich vielleicht auch nur noch auf eins beschränken? Oder lässt man das Ganze so, wie es jetzt aktuell ist? Ich habe ja auch so ein bisschen die Statistik immer so im Auge. Und da muss ich sagen, es geht natürlich gerade so ziemlich bergab. Liegt natürlich daran, weil es gibt jetzt halt aktuell jetzt nicht so groß zu berichten. Ich als so ein allgemeiner YouTuber würde ich jetzt eher behaupten, weil ich ja jetzt kein spezielles Thema habe. Ist natürlich da ein bisschen schwer, da überall natürlich fachgerecht natürlich nur das Ganze in Hand zu haben. Ja, wie viele andere. Zum Beispiel beim Train Simulator gibt es wahrscheinlich zig andere YouTuber, die das noch deutlich besser können. Und bei Omsi wird es dann genau das Gleiche sein. Oder bei Lotus oder ja, X-Plane. Das sind dann so diese Top-Favoriten, die so meine sind. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich mich da in allem irgendwie so reinfummele, ist es natürlich da schwer, wie gesagt, überall gerecht zu werden halt mit. Und das kannst du halt nicht. Es gibt halt meistens immer nur ein Aufgabengebiet, wo du eigentlich gut drin bist. Ja, und da muss man sich dann natürlich auch dran festhalten. Ja, ich weiß, ich bremse doch schon. Dieses Ding eh wirklich. So früh, wenn ich gleich fertig bin damit. So, Seefeld in Tirol. Enthaltestelle. Alles aussteigen, bitte. Damit endet dann auch schon die Folge. Wie gesagt, erstellt von Phasus die Aufgabe. Die ist natürlich jetzt ein bisschen sehr unspektakulär. Also, mir geht es ein bisschen auf den Senkel, dass ich hier permanent hinterher schalten muss. Da hätte man vielleicht einen Zug nehmen können, der so eine Automatisierung drin hat. Wenn man einfach einschätzt, darfst du schneller als 60 fahren. Fertig ist es. Ja, das wäre natürlich geil gewesen. Ich glaube, der Talent hier, der gerade hier an uns vorbeigezogen ist, der hat sowas. Aber, naja. Was soll's. Ist halt so. Manchmal beschleunigt der halt richtig und manchmal beschleunigt er gar nicht. Großartig. Ja, heute auch mal ohne Tracker Air. Hat sich jetzt mal diesmal nicht angeboten groß. Das mache ich eigentlich immer alles mit Tracker Air, aber, naja. War schon die Uhrzeit, die ist schon ein bisschen rum. Aktuell tüfte ich gerade ein bisschen viel mit anderen Sachen. Zum Beispiel an einer Kopie von Berlin Traffic. Ja, das ist schon eine ziemlich coole Sache. Zum Beispiel Let's Plays oder sowas. Ja, deswegen ist es halt immer so eine Sache. Aber du würdest es halt ja auch nicht jedes Mal mal aufnehmen. Das ist ja wahrscheinlich auch verständlich. Du würdest ja halt auch mal so ein bisschen Normalo-Sachen machen. Und wie gesagt, das mit Berlin Traffic war ja zum Beispiel so. Dazu werden wir auch nochmal später ein Video machen, sobald das ganze Ding mal fertig ist und ich meine Gruppe voll bekommen habe mit vier Leuten. Und werden wir uns das Ganze direkt mal als Video anschauen und zeigen, wie Berlin Traffic in 2020 aussehen könnte, wenn Lotus da mal sich ransetzen würde und das Ganze hübsch macht. Aber wie gesagt, das erfahrt ihr natürlich alles dann, sobald das Ganze aufnahmereif ist, ne? Deswegen, ich hasse ausländische Strecken. Also das ist zum Kotzen. Die Signale, wenn du sie nicht kennst, weißt du, äh... Naja. Die Signale, wenn du sie nicht kennst, weißt du, äh... Ausstieg in beiden Richtungen. Bies nach vorne ans Eck. Was bist du denn? Achso, sie sind bloß frei. Da gehen sie auf, da gehen sie nicht auf. Mysteriös. Normalerweise hätten die hier auch aufgehen müssen, aber nur ist es so. Ja, dann bedanke ich mich natürlich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns dann, ja, eventuell zum nächsten Part wieder, wenn es hier weitergeht mit dem Train Simulator 2020. Will ich mich sehr darüber freuen und, ja, verabschiede mich jetzt und bedanke mich. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. ARD Text im Auftrag des WD3 Untertitelung des ZDF für funk, 2017